Ah, oh, stand da für den Herrn Schwarz, ja? Ja, eigentlich klar. Also, ich bin Standortenführer Ernst Hoffmann. Sie kennen mich, oder? Ja. Ah, gut. Also, ich warte hier auf meinen Adjutant, Schmelink. Ah, Schmelink, ja, ja. Hans. Aber er ist ein bisschen... Also, ich warte für eine Stunde schon. Alles, was in seinem Kopf ist, sind Witze und Jubel und... Also, ich habe ihm gesagt, dass Krieg eine ernste Sache ist. Aber das ist nicht deshalb, wie ich mich nenne. Ich heiße Ernst, ja? Ernst. Krieg ist Krieg. Krieg ist, ja, Krieg ist ernst, wie ich bin Ernst, ja? Ja. Ich bin Ernst, mein Name ist Ernst und ich bin Ernst. Ja. Keine Witze, ja? Ja, alterlich. Ja. 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 So wurde ich bezogen, aber... Vielleicht, äh... Oh. Sie benutzen auch den Schmeißer, ja? Keine Munition. Wirklich? Haha. Das ist gut. Ich habe noch ein Paar. Schwenke ich, aber vielleicht mich... Vielleicht ich mich irre. Nein, auch leer. Hahaha. Hahaha. Alles klar. Alles klar. Nichts. Nichts. Das ist ein Zeichen der Freundschaft, ja? Oh. Ja. Manche tauschen... Manche tauschen Karten, Geschenke und wir tauschen Munition. Ja. Ja. Ich muss gern Bier mal. Wirklich? Aber Sie haben gerade aus dem Badzimmer. Ja. Hm. Probleme, ja? Ja, ja. Wie lange sind Sie im Militär? Hahaha. Zwei Jahre? Sieben Jahre? Sieben. Sieben Jahre. Ja. Und haben Sie sich nicht... Und Sie haben sich nicht unterdrängen gelernt? Ja. Haha. Ach. Eiter. Ach, verstehe. Ach. Ein armer Mensch. Das muss ich sagen. Was kann wir machen? Ja. Ach. 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 Vielen Dank.